Was habt ihr denn, dass ihr so glotzt? So wahr ich Heraklius von Caesarea heiße, der Patriarch von Jerusalem bin, du bist, wer bist du? Mich schaudert, wenn du mich nicht bloß mit deiner Theaterschnurre zum Besten hältst. Oh, oh, manche Menschen denken mit ihren Füßen, doch du wohl nicht, Ritter? Ihre Eminenz seid enorm eminent, doch ihr habt kein Herz. Mein Herz ist tot, kalt, ein schlaffer Muskel und nur diese Maschine Gottes hier hält mich am Leben. Alles Recht ist aufgelöst, ist zersetzt, wenn der Mensch nicht glauben darf. So ein Frevel verdient nichts als den Untergang, den Untergang, den Untergang, die Vernichtung! Musik Amen.